Guck mal, wir teilen das Ganze mal, echt. Wir starten einfach mal, nicht runden, dann ist es ein bisschen abgedreht, das Spiel. Okay, dann lass mal mal an, ne? Mal spielen. Prost. Okay, wissen wir es auch, ne? Dass du jetzt ein Wi-Fi, was das Bild hat, natürlich. Ja, wer weiß, wer weiß. Ah, 2016. Jetzt kann ich die so schnell lesen. Ich gehe jetzt mal ins Ziel auf Runden. Was gibt es noch richtig? Wer bist du denn? Da, habe ich das. Check this out, it might help you on your case. Machen wir das. Okay, das kann man ansehen. Das Spiel ist für mich neu. Den ersten Teil habe ich gesehen, den zweiten Teil habe ich nicht gespielt. Den ersten Teil auch nicht. Okay. 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 My guess, it's not good. Oh, wait. Here comes a new girl. My name is Amelia Lewis. Someone has kidnapped me. I don't know where the fuck I am. I don't know where the fuck I am. It's dark and freezing. And I think there's blood on the floor. I think there's blood on the floor. I just saw these, these fucked up images and these men in masks. Can I walk up here? Vielleicht kann man gerne auf einmal einen Twitch-Schindel. Haha. Hallo und willkommen. I'm dead. Interessant. Getting on the Shadow Web is a task on its own. The Shadow Web is a hole called the Deep Web. They require special software, which is the idea to get. She mentioned the Prey, which is interesting because they mostly operate on the normal Deep Web. I have a feeling that she might have stumbled across something more sinister. And they're using the Prey as a front. Hold on. Let me look into this a little bit further and find out who she is. She says, The Way is the 7th is the Cowboy. They're in the pouvoir. Let's try. You. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hello, they're coming. I just saw someone. I don't know if they saw me, but it's definitely them. He was wearing the same mask. I don't know how the fuck they got to me, but they did. It's coming. Please hurry, my battery's dying. Hmm. It seems Amelia's reporter, just like you. I don't want to die. I don't want to die. I don't want to die. I think he's gone. I think he's gone. I don't want to die. I don't know what the fuck is happening. I mean, I'm in some kind of warehouse or facility. I don't know. There are fucking maniacs here. Please. They haven't gotten to me yet, but they do. I just told my parents I want them. And I'm sorry. I don't know why it happens to the last world. Okay, it managed to source off the tunnel she used and placed it on your desktop. Unlocking this should reveal the location of where she's being held. The site seems to have a cutoff time at 4 a.m. tonight. Yeah. I'm afraid one will happen to her. Okay, let's see how it was going to happen. The tunnel is locked using a shadow web encryption key. The key will be broken down to eight different hashes, scattered across the deep web. Now, you must explore the deep web and find these hashes. The hidden hash will look like this. Each hash will have an index value associated with it. You must keep this in mind while you compile the master key. So, if you were to find a hash that begins number one, it will be the first sequence of the master key. Now, a hash could be hidden anywhere in a page, even in plain sight. So, be sure to check the page a little early. Yeah, it must be clear. So, be sure to check the page a little early. Pop your mouse over everything and see if I'll activate a hidden hot zone. I would even check the page's source code if I were you. So, be sure to check the page a little early. Another tricky thing about the deep web is that some pages will only be available during a certain time window. So, if you come across a page that is down, be sure to check back later. Also, in a certain time it's down, it's not activated. Okay, let's see. Upon your search you may come across threats. I'll leave some documents on your desktop with more information on that. Oh, I'll leave some documents on your desktop with more information on that. Good luck. Thank you, thank you. Thank you. So, let's see. What can I do? Let's see what I can do. Let's see what I can do. Mama, I'm so cool. Mama, I'm so cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 x So, also ich soll mal gucken und da hingehen. Ich wollte mal schauen hier. Ausscheinlicht nicht, nur Zeit. Läuft die weiter? Echt Zeit? Ah, nicht ganz. Wir haben 18 Uhr und da ist gerade 10 Uhr drauf. Okay, da ist das. Lotz. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Ich bin jetzt aber hier raus. Power Off. Ah, okay. Hä? Die Grafik ist nicht so berauschend. Okay. Das hört jetzt sehr aus. Kann ich hier keine Erinnerung folgen, ne? 803. 803. 803. 803. 804. 804. 804. 805. 804. 805. 905. 817. 805. 815. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, da können wir schnell laufen hier. Ja, das ist so. 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 Ich kann aber nichts viel machen, ne? Mal schauen. Okay. 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 Ah, das ist so. 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 Okay. Okay. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. und hier über eine Wand sieht er das was dann ja was sehen tut, das Krisseln ist eklig hier so an der Wand Licht an oder ausmachen ich bin nicht da hier auch aus, kann ich hier ausmachen ich kann nicht mal einen Kühlschrank aufmachen, was ist das denn? ich will wissen, was der für schöne Sachen da drin hat Kaffee kochen, Gas das kann anbleiben ach, Katerchen, jetzt nüchst Kater ist hier ach man duer Kater hässlich ist ok das war jetzt, haben wir mal gesagt, der erste Ausgang hinten ist irgendwas, keine Ahnung, eine Bank, Sofa gehen wir mal PC wieder so und einschalten ah ok so, schauen wir mal, was ist da hinten nix komisch, hier bräuchte ich halt erst drücken hi bye Kerzen Kerzen ich sehe nicht viel, das ist das Problem hier ich komm nicht her ich komm nicht her ich komm nicht her das pepper nicht her sch in end hat s Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was war denn da?